Und damit sage ich Hallo, ihr Verrückten! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Buchvorstellung. Heute von einem meiner absoluten Lieblingsautoren, Matthew O'Reilly. Und Matthew O'Reilly schreibt fürs Kino. Das merkt man, er schreibt dafür, dass seine Bücher eines Tages verfilmt werden. Und die sind so gut geschrieben, dass man auch beim Lesen schon das Gefühl hat, man schaut einen Film. Und das habe ich nicht immer bei Autoren, Büchern, die ich so lese. Also, bei Matthew O'Reilly habe ich es durchgehend bei jedem Buch. Und heute starten wir mit einer Reihe, sage ich mal. Und heute haben wir den ersten Teil, die sieben tödlichen Wunder. Matthew O'Reilly kennt ihr übrigens bereits aus, zum Beispiel der große Zoo von China, was ich euch mal vorgestellt habe. Das Turnier, ein richtig, richtig tolles Buch. Das ist also ein historisches Buch. Da geht es um ein Schachspiel und das war wahnsinnig gut, eigentlich um Mord. Und ach, das war es richtig, richtig gut. Und The Secret Runners von New York, eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Wenn ihr mal ein richtig, richtig gutes Buch lesen wollt, lest The Secret Runners von New York oder eben die sieben tödlichen Wunder, über das wir heute sprechen. Ja, was ich auch ganz toll finde, ist bei Matthew O'Reilly, das war ein kleines Detail, aber für mich macht das so viel aus. Seine Bücher sind gespickt mit Bildern. Und diese Bilder erklären nun mal alles. Für zum Beispiel Leserinnen wie mich, die sich so Dinge, gewisse Dinge nicht vorstellen können. Zum Beispiel The Secret Runners von New York. Da geht es darum, dass es ein Loch gibt, durch das man in die Zukunft reisen kann. Und das sind ein paar Teenager, die dieses Loch entdecken und dann sehen, dass New York zerstört ist. Und das in relativ naher Zukunft nicht mehr bewohnbar sein wird. Und die rennen da durch und versuchen, die Antwort zu finden. Und da kommen Straßennamen, Stadtsbezirke und ich verstehe das immer alles nicht, weil es für mich Straßennamen sind. Und dann sind da Pläne und dann kann man die lesen und dann kann man die verstehen, wo die langgerannt sind. Und in dem Buch, um das es heute geht, haben wir das auch. Wir haben verschiedene Darstellungen von ägyptischen Kammern, denn es geht um eine Pyramide. Und da gibt es verschiedene Kammern mit Fallen oder es gibt Hieroglyphen, die erklärt werden. Es gibt Rätsel, die zu lösen sind, die dann hier abgebildet sind. Und das macht es dann auch gleich bildlicher. Nun werde ich euch den knappen Text vorlesen und dann lese ich euch einen Teil vor. Könnt ihr euch zurücklehnen und einfach mal mit eintauchen. Ihr werdet von der ersten Sekunde an reingezogen, das verspreche ich euch. Vor mehr als 4.500 Jahren krönte ein goldener Schlussstein die größte der Pyramiden von Gizeh. Er war nicht nur Zierde, sondern auch ein mächtiger Schutzapparat. Doch der Stein ging verloren. In unserer Gegenwart entbrennt ein Wettlauf gegen die Zeit. Zwei verfeindete Parteien wollen den Stein für ihre eigenen Zwecke nutzen, während sich das Ende der Welt in Form einer solaren Katastrophe ankündigt. Der geheimnisvolle Ex-Soldat Jack West erkennt die Zusammenhänge und gemeinsam mit seinen Freunden versucht er, das Mysterium der Pyramide zu entschlüsseln. Die größte Schatzsuche aller Zeiten beginnt. Auftakt zu einem fantastischen Abenteuer voller Gefahren und Action mit Jack West. Für Fans von Dan Brown und Indiana Jones. Ja, und die Abenteuer von Jack West werden noch in zwei weiteren Büchern beschrieben. Das zweite Buch ist bereits im Pesta Verlag erschienen. Das dritte kommt demnächst raus. Also ihr müsst nicht so lange warten. Und es sind auch ganz schöne, ganz schön dicke Bücher. Ihr habt viel zu lesen, aber eigentlich werdet ihr gar nicht merken, wie die Zeit vergeht. So, und ich hatte übrigens mal eine Phase, in der ich mir ganz viele Dokus über Pyramiden angeguckt habe und irgendwann in so einem richtigen Rabbit-Hall war. Wenn ja so Leute selbst so philosophiert haben darüber, was das alles bedeuten könnte, warum Pyramiden erbaut wurden, dies, das. Super spannend, das ganze Thema. Und ich hatte das schon richtig vergessen, verdrängt. Und mit diesem Buch ist das jetzt alles wieder hochgekommen. Und es stimmt tatsächlich, dass die Spitze der Pyramiden früher Gold war. Und soweit ich das weiß, wurde das einfach später abgetragen, eingeschmolzen. Das hat man dann so verwendet. Also die Pyramiden, wie wir sie heute sehen, waren früher weiß mit goldener Spitze. Sieht auch schön aus. Aber das Weiß ist dann verwittert und das Gold wurde abgetragen. Okay, erste Mission, der Koloss. Wir fangen an, und das finde ich auch ganz toll, ich werde euch jetzt nicht alle Bilder mal zeigen, aber ihr werdet viel Zeit auf diesen Bildern auch verbringen, um euch das anzugucken. Die neuen Gestalten bewegten sich schnell und tief geduckt zu Fuß durch den von Krokodilen verseuchten Sumpf. Die Chancen standen haushoch gegen sie. Ihre Gegner zählten über 200 Mann. Sie waren nur zu neunt. Außerdem verfügten die Gegner über massive logistische und technische Unterstützung. Hubschrauber, Flutlichter für nächtliche Arbeiten und Boote jeder Art. Kanonenboote, Hausboote, Kommunikationsboote, drei riesige Baggerschiffe für Grabung. Ganz zu schweigen von dem provisorischen Damm, den sie errichtet hatten. Die neuen hatten nur dabei, was sie in der Mine brauchen würden. Und wie die neuen gerade erst festgestellt hatten, befand sich noch eine dritte Streitmacht knapp hinter ihnen auf dem Weg zum Berg. Eine wesentlich größere und skrupellosere als die ihrer unmittelbaren Gegner, die schon schlimm genug waren. Mit Feinden vor ihnen und Feinden hinter ihnen schien es ein hoffnungsloses Unterfangen zu sein. Trotzdem rannten die neuen weiter. Weil sie mussten. Sie stellten einen Verzweiflungsversuch dar, das letzte Aufgebot, die letzte Hoffnung der kleinen Gruppe von Nationen, die sie repräsentierten. Ihre unmittelbaren Rivalen, eine Koalition europäischer Nationen, hatte vor zwei Tagen den nördlichen Eingang zur Mine gefunden und waren mittlerweile weit ins Tunnelsystem vorgedrungen. Ein vor einer Stunde abgefangener Funkspruch verriet, dass diese paneuropäische Truppe, französische Soldaten, deutsche Ingenieure und in italienischer Projektleiter, soeben die letzte Zugangsfalle auf ihrer Seite erreicht hatte. Sobald die Europäer diese überwunden hätten, würden sie in der Größen Höhle sein. Sie kamen rasch voran. Demnach mussten sie über die Hürden in der Mine bestens Bescheid wissen. Tödliche Hürden. Fallen. Dennoch war der Vormarsch der Europäer nicht verlustfrei geblieben. Am ersten Tag waren drei Mitglieder ihrer Vorhut grausam in einer Falle umgekommen. Doch der Anführer der europäischen Expedition, einen Jesuitenpriester namens Francisco del Piero aus dem Vatikan, ließ sich von ihrem Tod nicht aufhalten. Zielstrebig, unaufhaltsam und ohne jedes Mitgefühl trieb del Piero seine Leute weiter vorwärts. In Anbetracht des Ziels stellten die Toten einen akzeptablen Verlust dar. Die Neun eilten weiter durch den Sumpf auf der Südseite des Berges, die Köpfe im Regen eingezogen, während ihre Füße durch den Schlamm stapften. Sie rannten wie Soldaten, tief geduckt und schnell, zielstrebig mit schnelleren Schritten. In einer geordneten Reihe duckten sie sich unter Ästen hindurch und sprangen über tiefe Pfützen. In den Händen hielten sie Gewehre. MP7, M16, Steier-AOG. In Oberschenkelholstern steckten Pistolen verschiedener Art. Auf dem Rücken trugen sie Rucksäcke unterschiedlicher Größe, alle voll bis oben hin mit Seilen, Kletterausrüstung und merkwürdig aussehenden Stahlstreben. Und über ihnen schwebte eine kleine Gestalt anmutig über dem Baumkronen. Ein Vogel. Sieben der Neun waren tatsächlich Soldaten. Elitekrieger, Spezialisten für Sondereinsätze, alle aus verschiedenen Ländern. Die restlichen zwei Mitglieder waren Zivilisten. Beim Älteren handelt es sich um einen 65-jährigen Professor mit langem Bart. Maximilian T. Epper. Rufzeichen Wizard. Die sieben militärischen Mitglieder des Teams hatten etwas martialischere Spitznamen. Huntsman, Witch-Doktor, Archer, Bloody Mary, Saladin, Matador und Gunman. Allerdings hatten sie für diese Mission alle neue Rufnamen erhalten. Huntsman, Fuzzy, Stretch, Princess Zoe, Pooh Beer, Noddy und Big Ears. Die Namensänderungen gingen auf das neunte Mitglied des Teams zurück. Ein zehnjähriges Mädchen. Der Berg, dem sie sich näherten, bildete den letzten Gipfel in einer Kette, die nahe der sudanesisch-äthiopischen Grenze endete. Durch das Gebirge floss der Angereb aus Äthiopien in den Sudan. Im Summ staute sich das Wasser vorübergehend, bevor es weiter in den Sudan strömte und sich letztlich mit dem Nil vereinigte. Hauptbewohner des Summs war Krokodilos Neluticus, das berüchtigte Nil-Krokodil. Es erreichte eine Länge von bis zu sechs Metern und war nicht nur wegen seiner Größe bekannt, sondern auch wegen seiner Verschlagenheit und Angriffslust. Kein anderes Krokodil der Welt verspeiste mehr Menschen. Bis zu 300 jedes Jahr. Während sich die Neun dem Berg aus Süden näherten, hatten ihre Widersacher aus der EU auf der Nordseite eine Operationsbasis errichtet, die an eine schwimmende Stadt erinnerte. Boote mit Kommandoständen, Messen, Unterkünften und Arsenalen. Ein Netzwerk schwimmender Brücken verband die kleine Flotte miteinander. Alle Boote waren zum Brennpunkt ihrer Operation ausgerichtet, zu dem riesigen Kofferdamm, den sie an der Nordflanke des Bergs errichtet hatten. Man musste zugeben, dass es sich um eine technische Meisterleistung handelte. Ein 100 Meter langer, 12 Meter hoher, gekrümmter Staudamm, der das Wasser des Sumpfes zurückgeht, um ein rechteckiges Tor aus Stein im Fuß des Berges freizulegen. 12 Meter unter der Wasserlinie. Das Portal aus Stein war außerordentlich kunstvoll gestaltet. Ägyptische Hieroglyphen bedeckten jeden Quadratzentimeter des Rahmens. Aber den Ehrenplatz in der Mitte des Sturzes nahm eine Glüfe ein, die man häufig in Pharaongräbern in Ägypten fand. Zwei Gestalten, gefesselt an einen Stab mit dem Schakalskopf von Anubis, dem ägyptischen Gott der Unterwelt. Das sieht das Jenseits für Grabräuber bereit. Ewige Knechtschaft unter Anubis. Keine angenehme Art, die Ewigkeit zu verbringen. Die Botschaft war unmissverständlich. Kein Zutritt. Im Inneren beherbergte der Bär eine uralte Mine, entstanden während der Herrschaft von Ptolemaus I. um das Jahr 300 v. Chr. Während der Blütezeit Ägyptens wurde der Sudan als Nubien bezeichnet. Ein Wort, das vom ägyptischen Wort für Gold abgeleitet wurde. Nub. Nubien, das Land des Goldes. Und das war es wirklich. Aus Nubien hatten die alten Ägypter das Gold für ihre zahlreichen Tempel und Schätze bezogen. In Alexandria ausgegrammene Aufzeichnungen enthüllten, dass der Mine 70 Jahre nach ihrer Gründung das Gold ausging. Danach erfuhr sie ein zweites Leben, als Steinbruch, in dem das seltene Hartgestein Diorit abgebaut wurde. Und als um das Jahr 226 v. Chr. auch Diorit erschöpft war, beschloss Pharao Ptolemaus III., die Mine für einen besonderen Zweck zu nutzen. Dafür entsandte er seinen besten Architekten, Imhotep V. und eine Herrscher von 2000 Mann. Drei Jahre lang arbeiteten sie unter strenger Geheimhaltung an dem Projekt. Der nördliche Eingang zur Mine hatte als Hauptzugang gedient. Ursprünglich hatte er sich auf Höhe der Wasserlinie des Sumpfes befunden, und hinter dem Portal hatte sich ein breiter Kanal horizontal in den Berg erstreckt. Über den Kanal wurden früher Unmengen an Gold und Diorit aus der Mine abtransportiert. Dann jedoch war jener Zugang von Imhotep V. umgestaltet worden. Mit einem provisorischen Damm, ähnlich dem der europäischen Truppen, hielten seine Männer das Sumpfwasser zurück, während seine Ingenieure den Eingang um zwölf Meter nach unten versetzten. Der ursprüngliche Zugang wurde zugemauert und mit Erde überdeckt. Danach ließ Imhotep den Damm entfernen und das Sumpfwasser über das neue Tör zurückleiten. Über 2000 Jahre lang blieb es verborgen. Bis jetzt. Aber es gab einen zweiten, weniger bekannten Zugang zur Mine auf Südseite des Berges. Einen Hintereingang, der Endpunkt einer Gleitbahn, den man während des ursprünglichen Betriebes der Mine zur Entsorgung von Gesteinsabfällen benutzt hatte. Auch dieser Eingang war später umgestaltet worden. Und ihn suchten die Neuen. Angeführt wurden sie vom großen, weißbärtigen Wizard, der in einer Hand eine uralte Papyrusrolle jäht, in der anderen ein topmodernes Ultraschallbild gerät. An einem schlammigen Hügel etwa 80 Meter vom Fuß des Berges entfernt, hielten die Neuen abrupt inne. Der Schatten von vier krummen Lotusbäumen fiel darauf. Da! rief der alte Mann, als er etwas auf dem Hügel entdeckte. Oh je, die Jungen aus dem Dorf haben die einen Eingang gefunden. In der Mitte der schlammigen Erhebung prangte ein winziges quadratisches Loch. Kaum breit genug für einen Mann, stinkender brauner Matsch säumte die Ränder. Wenn ich danach ausschau hielt, hätte es wohl übersehen. Allerdings hatte Professor Max T. Epper genau nach diesem Loch gesucht. Rasch las er von der Papyrusrolle ab. Finde im nubischen Sumpf südlich von Sotasmina und das Sobeks Scherken die vier Symbole des unteren Königreichs. Dort liegt das Portal zum schwierigen Weg. Epper schaute zu seinen Gefährten auf. Vier Lotusbäume. Der Lotus war das Symbol des unteren Königreichs. Und da Sobek der ägyptische Krokodilgott war, sind seine Schergen Krokodiler. In einem Sumpf südlich von Sotasmina. Sota ist ein Beiname von Ptolemaus dem Ersten. Wir sind richtig. Ein kleiner weiten Korb lag umgekippt neben dem schlammigen Loch. Ein Korb, wie ihn Sudanesen auf dem Land benutzten. Diese dummen, dummen Jungen. Besat trat den Korb weg. Unterwegs waren die Neuen durch ein kleines Dorf gekommen. Die Bewohner hatten ihnen erzählt, vier ihrer jungen Männer seien vor wenigen Tagen zur Erkundung der Sümpfe aufgebrochen, angestachelt vom Interesse der Europäer an dem Berg. Einer war ins Dorf zurückgekehrt und hatte berichtet, die anderen seien in einem Loch im Boden verschwunden und nicht wieder herausgekommen. Der Anführer der Neuen trat vor und spähte in das Loch hinab. Der Rest des Teams wartete darauf, dass er das Wort ergriff. Viel wusste man nicht über den Anführer der Gruppe. Um seine Vergangenheit ranken sich Geheimnisse. Was man wusste war, er hieß West, Jack West Jr., Rufname Huntsman. Im Alter von 37 Jahren konnte er sich der Seltenheit sowohl einer militärischen als auch einer universitären Ausbildung rühmen. Er war Mitglied der elitärsten Spezialeinheit der Welt gewesen und hatte zu einem anderen Zeitpunkt am Trinity College in Dublin unter Max Epper Frühgeschichte studiert. Als das Pentagon in den 1990er Jahren eine Rangliste der besten Soldaten der Welt erstellt hatte, war nur ein, äh, ein einziger in den Top Ten kein Amerikaner gewesen. Jack West. Er hatte den vierten Platz belegt. Aber um 1955 herum verschwand West vom internationalen Radar. Von einem Tag auf den anderen. Man sei nicht mehr bei internationalen Übungen oder Einsätzen. Nicht mal 2003 beim Einmarsch der Alliierten in den Irak, obwohl er dort 1991 bei Operation Desert Storm bereits Erfahrung gesammelt hatte. Man nahm an, er hatte den Militärdienst verlassen und sich mit seinen Ersparten zur Ruhe gesetzt. Über zehn Jahre hatte man nichts mehr von ihm gesehen oder gehört. Bis jetzt. Nun war er wieder aufgetaucht. Von Kopf bis Fuß durchtrainiert. Mit dunklem Haar und laserscharfen blauen Augen, die ständig zusammengekniffen wirkten. Angeblich besaß er ein gewinnendes Lächeln, das man jedoch nur selten zu sehen bekam. An diesem Tag trug er wie der Rest des Teams entschieden nicht-militärische Aufmachung. Robuste karamellfarbene Segeltuchjacke, abgewetzte Cargohose und Salomon-Wanderschuhe mit Stahlsohlen und den Narben vieler früherer Abenteuer. Die Hände steckten in Handschuhen, aber wenn man genau auf den linken Ärmel der Jacke achtete, konnte man unter Umständen ein flüchtiges Aufblitzen von silbrigem Stahl erhaschen. Unter dem Ärmel versteckt befand sich nämlich ein vollständig künstlicher, mechanischer Unterarm. Wie es dazu gekommen war, hatten nicht viele Menschen erfahren. Zu den wenigen, die darüber Bescheid wussten, gehörte Max Epper. Dank einer Expertenausbildung in Kriegskunst, einer klassischen Ausbildung in Geschichte und eines ausgeprägten Beschützerinstinkts für das kleine Mädchen in seiner Obhut stand etwas über Jack West Jr. fest. Wenn jemand diese schier unmögliche Mission erfolgreich durchführen konnte, dann er. Mit einem kreischenden Ruf stürzte ein kleiner brauner Wanderfalke von der Baumgrenze herbei und landete sanft auf Westschulter. Der Vogel, der zuvor hoch am Himmel geflogen war, gebieterisch und wachsam beäugte er den Bereich um West herum. Sein Name? Horus. West nahm keine Notiz von dem Vogel. Gedanken verloren, starrte er in das dunkle, quadratische Loch hinab. Als er etwas Schlamm wegwischte, kam eine in den Rand gemeißelte Hieroglyphe zum Vorschein. So treffen wir uns wieder, meinte er leise zu dem Zeichen. Er drehte sich um. Leuchtstab. Man reichte ihm einen Leuchtstab, den er knickte und in das Loch warf. Der schimmernde Stab fiel sechs Meter tief und er hielte unentwegt einen röhrenförmigen Schacht aus Stein, bevor er platsch im Wasser landete. Sein Schein offenbarte, jede Menge Krokodile. Niel-Krokodile. Schnappend, knurrend und grunzend krochen sie übereinander. Noch mehr von Sorbecks Schergen. Moor Mitte West. Toll. Einfach nur toll. In dem Moment hob der Funker des Teams, ein großer Jamaikaner mit gebleichten Dreadlocks, stark puckennarbigen Gesicht und Armen wie dicken Ästen, erschrocken die Hand zum Ohrstöpsel. Sein richtiger Name lautete V.J. Weatherly, sein ursprünglicher Rufname Witch-Doktor. Aber im Team nannten ihn alle Fussi. Hansmann, meldete er, die Europäer haben gerade das dritte Tor durchbrochen. Sie sind jetzt in der großen Höhle. Im Augenblick bringen sie dir irgendein Kran rein, um die unteren Ebenen zu überspringen. Scheiße. Es kommt noch schlimmer. Die Amerikaner haben gerade die Grenze überquert. Sie nähern sich schnell hinter uns. Ein großes Aufgebot, 400 Mann, Hubschrauber, Panzer, Luftunterstützung vom Flugzeugträger unterwegs und die Bodentruppe wird von der SEAF angeführt. Das erregte Wests Aufmerksamkeit. Die SEAF, Commander-in-Chief in Extremis Force, SEAF ausgesprochen, war Amerikas beste Speziereinheit, die dem Präsidenten persönlich unterstand und praktisch die Lizenz zum Töten besaß. Wie West aus unerfreulicher Erfahrung wusste, wollte man lieber nicht in der Nähe sein, wenn die SEAF eintraf. Er richtete sich auf. Wer hat das Kommando? Im düsteren Ton antwortete Fuzzy, Judah. Er hätte nicht gedacht, dass er selbst kommen würde. Verdammt, wir sollten uns wohl wirklich besser beeilen. West wandte sich an sein Team. Na schön, Nordi, du übernimmst Wachdienst. Alle anderen... Er zog einen seltsam aussehenden Helm von seinem Gürtel und setzte ihn auf. Zeit, die Sache zu rocken. Und so drangen sie in die unterirdische Dunkelheit vor. Schnell. Ein Dreibein aus Stahl wurde über den röhrförmigen Schacht aufgestellt. An einem daran befestigten Seil ließen sie acht der Neuen angeführt von West nacheinander in die Tiefe hinab. Nur ein Mann, ein dunkelhaariger Spanier, vormals Matador, mittlerweile Nordi, blieb zur Bewachung des Eingangs oben. Der Einstiegsschacht West sauste das Seil hinunter und passierte dabei drei steilgeneckte Querstollen, die den Hauptschacht kreuzten. Sein Falken trug an einem Beute um die Brust auf dem Kopf einen abgenutzten Feuerwehrhelm mit der Aufschrift FDNY Present 17. Der verbeulte Helm war mit einem umlaufenden Visier als Augenschutz und links mit einer leuchtstarken, stiftgroßen Taschenlampe ausgestattet. Der Rest des Teams trug ähnliche Helme, unterschiedlich mit Lampen, Visieren und Kameras modifiziert. Auf dem Weg das Seil hinunter beäugte West die Querstollen. Er wusste, welche Gefahren darin lauerten. An alle, bleibt wachsam! Berührt nicht! Ich wiederhole nicht die Wände in diesem Schacht! Er tat es nicht, sie taten es nicht. Wohlbehalten erreichte er das Ende des Seils. Die Vorhalle West tauchte am Seil durch die Decker an einem Ende eines langen Raums mit Wänden aus Steinen auf. Er ließ sich nicht bis zum Boden hinab, sondern verharrte etwa zweieinhalb Meter darüber. In unheimlichen gelblichen Licht des ursprünglichen Leuchtstabs betrachtete er den rechteckigen, etwa dreißig Meter langen Raum. Dem Boden bedeckte eine seichte Schicht Sumpfwasser, in dem es nur so von Krokodilien wimmelte. Kein Quadratzentimeter war frei von den Reptilien. Und direkt unter West ragte aus dem Wasser die durchnässte, halb aufgefressenen Leichen zweier Sudanesen, die er auf Mitte zwanzig schätzte. Die Körper rollten leblos herum, als drei große Krokodile mächtige, knirschende Happen aus ihnen rissen. »Big ears«, sagte West in sein Kehlkopf-Mikrofon. »Hier unten ist ein nicht-jugendfreier Anblick. Sagt Lilly, sie soll nicht nach unten schauen, wenn ihr zwei das Ende des Seils erreicht.« »Geht klar, Boss«, ertönte die Antwort mit irischem Akzent über seinen Ohrstöpsel. West warf eine gelblich-schimmernde Leuchtfackel weit nach vorn in die Vorhalle. Es war, als würde die Kammer lebendig. Tief eingeritzte Hieroglyphen bedeckten die Wände. Tausende. Und am anderen Ende der Kammer sichtete West sein Ziel. Einen gedrungenen, trapezförmigen Durchgang mehrere Meter über dem wässrigen Boden. Der schaurig-gelbe Schein der Leuchtfackel enthüllte außerdem ein anderes wichtiges Merkmal der Vorhalle. Die Decke. In sie eingelassen führte eine lange Reihe von Haltegriffen zu dem Durchgang auf der anderen Seite. Allerdings ragte jeder Griff in ein dunkles, quadratisches Loch, das sich in die Decke erstreckte. »Wizard«, sagte West, »ich hab hier Haltegriffe.« »Laut der Inschrift »In Imhoteps Groft müssen wir den Dritten und den Achten meiden«, antwortete Wizardstimme. »Darüber sind Fallkäfige. Der Rest ist ungefährlich.« Verstanden. Rasch durchquerten die Acht die Vorhalle, indem sie sich die Griffe entlang hangelten und die beiden Verdächtigen ausließen. Ihre Füße baumelten dabei nur knapp über den Krokodil hin. Das kleine Mädchen, Lily, befand sich in der Mitte der Gruppe, umklammerte sich an den größten Soldaten und hielt die Arme fest um seinen Hals geschlungen, während er sich von Griff zu Griff schwang. Der niedrige Tunnel Ein langer, niedriger Tunnel führte aus der Vorhalle in den Berg hinein. West und sein Team rannten ihm nach vorn gebeugt entlang. Horus war freigelassen worden und flog vor West durch den Gang voraus. Nur Lily konnte aufrecht laufen. Wasser tropfte von der niedrigen Decke aus Stein, traf jedoch auf ihre Feuerwehrhelme und kullerte ihn über die gekrümmten Rücken nicht in die Augen. Der Tunnel war perfekt quadratisch. 1,3 Meter breit, 1,3 Meter hoch. Interessanterweise handelte es sich um dieselbe Abmessung wie bei den Gängen im Inneren der großen Pyramide von Gizeh. Wie zuvor am Einstiegsschacht gab es auch in diesem horizontalen Tunnel drei Schächte, die ihn über die gesamte Breite verteilt in Form von Löchern, in der Decke und am Boden vertikal kreuzten. An einer Stelle unterlief Lillys Beschützer dem großen Soldaten namens Big Ears einen Fehler und er trat kurz vor dem Sprung durch einen der Querschächte auf einen der Auslöser. Als er erkannte, aber er erkannte seinen Fehler sofort und bremste abrupt am Rand des Schachts ab. Prompt schoss ein kraftvoller Schwall Sumpfwasser aus dem oberen Loch, bildete vor ihm eine flüssige Wand und verschwand im entsprechenden Loch im Boden. Wäre er gesprungen, hätte der Wasserfall ihn und Lillie in die unbekannten Tiefen des unteren Lochs gespült. »Vorsichtig, Brüderchen!« wandte das Teammitglied vor ihm, nachdem das Wasser verschwunden war. Es handelte sich um die einzige Frau der Gruppe, Mitglied der irischen Elite-Truppe, »SFA«, alter Rufname »Bloody Mary«, neuer »Princess Zoe«. Auch ihr Bruder Big Ears gehörte der SFA an. Sie streckte sich und ergriff seine Hand. Mit ihrer Hilfe sprang er durch den Querschacht, bevor sie mit Lillie zwischen ihnen den anderen folgten. Jetzt gibt es ein Bild von der Wasserkammer und es kommen jetzt verschiedene Kammern, wo mal Fallen sind. Und die nächste ist noch super spannend, die werde ich noch mit vorlesen. Die Wasserkammer, das erste Tor. Der niedrige Tunnel mündete in eine Kammer der Größe einer kleinen Kapelle. Es wirkte unvermeidbar, dass der Boden der Kammer aus einem üppigen grünen Grasteppich zu bestehen schien. Nur handelte es sich nicht um Gras, sondern um Alken. Und unter den Alken befand sich Wasser. Ein richtigiges Bett mit vollkommen flachem, ruhigem Wasser. Keine Krokodile, nicht ein einziges. Am anderen Ende der Kammer, jenseits des langen, ruhigen Beckens, befand sich knapp über der Wasserlinie drei niedrige, rechteckige Öffnungen in der hinteren Wand, jeweils ungefähr so groß wie ein Sarg. Etwas trieb im Becken in der Nähe der Eingänge. West erkannte auf Anhieb, worum es sich handelte. Um einen menschlichen Körper. Tod. Der dritte und letzte Sudanese. Atemlos kam Wissart neben West zum Stehen. Ah, das erste Tor. Oh mein Gott, wie clever. Eine Kammer mit falschem Boden, genau wie unter dem Vulkan in Uganda. Ah, Imhotep der Fünfte. Er hat sich immer an die klassischen Fallen gehalten. Max, sagte West. Oh, und sie ist mit einer salomonischen Entscheidung zwischen drei Löchern mit Spießen verbunden. Drei Löcher, aber nur eines ist ungefährlich. Was für ein Portal. Ich wette, die Decke ist auf Rollen gelagert und... Max, meinetwegen kannst du später ein Buch darüber schreiben. Was ist mit dem Wasser? Ja, tut mir leid. Wissart zog einen Messstab aus einem Wassertest-Kit an seinem Gürtel und tauchte ihn in das von Algen überzogene Becken. Die Spitze verfärbte sich rasch knallrot. Wissart runzelte die Stirn. Extrem hohe Werte des Parasiten Schistosoma mansoni. Sei vorsichtig, mein Freund, das Wasser ist hochgradig verseucht. Es wimmelt darin nur so von Schistosom. Was ist das? fragte Big Ears hinter ihn. Ein mikroskopisch kleiner Egel, der durch die Haut oder jede ungeschützte Öffnung in den Körper eindringt und im Blutkreislauf seine Eier ablegt. Antwortete West. Wissart fügte hinzu. Der Befall führt zu einer Entzündung des Rückenmarks, zur Lärmungserscheinung im unteren Körperbereich und letztlich zu einem Hirnaneurysma und zum Tod. Grabräuber der Antike wurden oft wahnsinnig, nachdem sie in Orte wie diesen eingedrungen waren. Man gab zornigen Göttern und mystischen Flüchen die Schulter ran. Aber höchstwahrscheinlich lag es in Wirklichkeit an S. Manzoni. Nur würde einen das Wasser mit solchen Werten innerhalb von Minuten umbringen. Was immer du tust, Jack, fall nicht rein. Okay, sagte West. Er meinte zur Anordnung der Trittsteine. Richtig, richtig. Hastig zog der ältere Professor ein Notizbuch aus der Jackentasche und begann darin zu blättern. Eine Kammer mit falschem Boden gehörte zu den in der antiken ägyptischen Welt weit verbreiteten Fallen, vor allem dank ihres äußerst simplen Aufbaus und der unübertrefflichen Effektivität. Dabei verbarg sich ein sicherer Weg aus Trittsteinen unter einer Flüssigkeitsschicht, die aus allem Möglichen bestehen konnte. Treibsand, kochender Schlamm, Teer oder, was am häufigsten vorkam, Bakterien für solches Wasser. Überwinden konnte man eine Kammer mit falschem Boden, indem man die Position der sicheren Trittsteine darin kannte. Wissand fand die gesuchte Seite. Okay, hier ist es. Sotas Mine, Nubien, erstes Tor, Wasserkammer. Aha, ein Raster von 5x5, die Reihenfolge der Trittsteine ist 1, 3, 4, 1, 3. 1, 3, 4, 1, 3. Wiederholte West. Und welches Loch? Ich werde mich schnell entscheiden müssen. Schlüssel des Lebens, sagte Wissand, der in seinem Notizbuch las. Danke. Horus, Brust. Auf den Befehl hin sauchte der Falke sofort zur Westbrust und kroch in den Beute, der dort hing. Da wandte sich West an die hinter ihm versammelte Gruppe. Okay, alle herhören. Ihr folgt alle dicht hinter mir. Wenn unser Freund im Hothab der 5. seine üblichen Vorgehensweise treu geblieben ist, wirkt es hektisch. Sobald ich auf den ersten Trittstein bin, bleibt nah beisammen, wir werden nicht viel Zeit haben. West drehte sich um und betrachtete das friedlich wirkende Becken mit dem von Algen bedeckten Wasser. Kurz bis er auf die Unterlippe. Dann holte er tief Luft und sprang hinaus in die Kammer. Er ziehte dabei stark nach links. Es war ein Weitersprung. Mit einem ungewöhnlichen Schritt hätte er die Entfernung nie überwunden. Wissart beobachte das Geschehen mit angehaltenem Atem. Aber West platschte nicht in die tödliche Brühe, sondern landete auf der grünen Oberfläche. Es sah aus, als lief er auf dem Wasser. Die dicken Sohlen seiner Stiefel versanken gerade mal zwei Zentimeter darin. Er stand auf einem Trittstein, der sich unter der eigenbedeckten Oberfläche verbarg. Wissart stieß den angehaltenen Atem aus. West auch, wenn gleich weniger offensichtlich. Allerdings währte ihre Erleichterung nur kurz, denn prompt erwachte der Mechanismus der Falle in der Wasserkammer laut und spektakulär zum Leben. Die Decke begann sich zu senken. Die gesamte Decke der Kammer, eine einzige riesige Steinplatte, bewegte sich rumpelt nach unten auf das flache grüne Becken zu. Die Absicht ließ sich nicht übersehen. In etwa 20 Sekunden würde die Steinplatte die Wasserlinie erreichen und den Zugang zu den drei niedrigen, rechteckigen Öffnungen am anderen Ende des Raumes blockieren. Somit blieb nur eine Möglichkeit, über die versteckten Trittsteine zu springen und zur richtigen Öffnung zu gelangen, bevor die sinkende Decke die Wasserlinie erreichte. »Alle Mann, los, Bewegung, folgt mir Schritt für Schritt!«, rief West. Und während sich die Decke laut über ihm senkte, durchquerte er mit großen riskanten Sprüngen die Kammer. Bei jeder Landung spritzte Wasser auf. Wenn er nur einen Trittstein falsch einschätzte, würde er im Wecken landen und es wäre vorbei. Sein Weg bestimmte die Rasterangabe, die Wizard ihm gegeben hatte. Eins, drei, vier, eins, drei, auf einem Raster von fünfmal fünf, das wie folgt aussah. Wenn ihr das Buch habt, könnt ihr euch das dann angucken. Schließlich erreichte West die hintere Wand der Kammer, dicht gefolgt von seinem Team. Die breite Decke senkte sich unerführlich über ihn ein. West betrachtete die drei rechteckigen Löcher in der hinteren Wand. Er hatte solche Öffnungen schon einmal gesehen. Es handelte sich um Spießfallen. Nur ein Loch würde sicher sein und zur nächsten Ebene des Labyrinths führen. In den anderen Beinen würden verheerende Spieße von oben herabsausen, sobald jemand die Öffnung betrat. Über jedem der Spießlöcher prangte ein eingemeißeltes Symbol. Es galt sich für die richtige Öffnung zu entscheiden. Während die Decke hinter West sich fortwährend senkte und demnächst sein Team ins Wasser pressen würde. Kein Druck, Jack, murmelte er bei sich. Okay, Schlüssel des Lebens, Schlüssel des Lebens. Er betrachtete das Symbol über dem linken Loch. Nah dran, aber nein. Es handelte sich um die Hieroglyphe für Magie. Im Rotheb der Fünfte wollte er aufgeregte, panische Entdecker verwirren, die in dieser Stresssituation nicht genau genug hinsahen. Wie geht's voran, Jack? Big Ears und das kleine Mädchen tauchten neben ihm auf, schlossen sich jemals auf dem letzten Trittstein an. Die Decke hatte sich mittlerweile um mehr als die Hälfte gesenkt und bewegte sich nach wie vor abwärts. Es gab kein Zurück. Er musste sich für das richtige Loch entscheiden. West, drängte jemand hinter ihm. Jack bewahrte kühlen Kopf, betrachtete das Symbol über der mittleren Öffnung. Und dann erkannte er es als die Hieroglyphe für Ankh oder langes Leben, bei dem alten Ägyptern auch bekannt als Schlüssel des Lebens. Das hier ist es, rief er. Aber es gab nur einen Weg, das zu bestätigen. Er holte seinen Falken aus dem Beute und reichte ihn dem kleinen Mädchen. Hey, Kleines, falls ich mich irre, passt du für mich auf Horus auf, ja? Damit drehte er sich um, bückte sich, hechtete in die mittlere Öffnung, schloss die Augen und wartete darauf, von einem halben Dutzend rostiger Spieße durchbohrt zu werden, die von oben herabsausten. Aber nichts geschah. Er hatte sich für das richtige Loch entschieden. Und tatsächlich zweigte in der Dunkelheit am Ende ein enger zylindrischer Gang senkrecht nach oben herab. Wir sind richtig, rief er zurück, kroch wieder heraus und begann sein Team hineinzuscheuchen. Big Ears und Lily gingen als erster, gefolgt von Wösart. Die Decke befand sich noch mehr als einen Meter über der Wasseroberfläche. Als nächstes kletterten Fusi und Zoe hinein. Kaum waren die Beine darin verschwunden, eilte West selbst als letzter in das Loch. Unmittelbar danach rampelte die sinkende Steindecke an ihm vorbei und breite mit einem wiederhallenden Bumm auf das Becken in der Wasserkammer. Ja, das war ein kleiner Teil von diesem sehr, sehr spannenden Buch, denn es geht nicht um weniger als um das Schicksal der ganzen Welt. Viele Parteien interessieren sich für das, was es dort zu finden gibt. Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit und gegen höhere Mächte. Und dieses Buch hat insgesamt, es gibt insgesamt drei Teile. Es geht dann auch im zweiten Teil um so einen bösartigen, dunklen Zwilling der Sonne, der ein schwarzes Loch ist. Also das wird noch richtig, richtig krass. Und ja, also ich fand es richtig spannend. Und vielleicht habt ihr auch so das Gefühl gehabt, ihr guckt einen Film. Und ich muss auch sagen, das ist so für Fans von Dan Brown und Indiana Jones definitiv. Und das ist super spannend und heftig geschrieben. Und ja, wir wären Sir Matthew Riley sowieso ein Muss. Und deswegen empfehle ich euch, dieses Buch auf jeden Fall zu lesen. Sehr, sehr, sehr spannende Literatur. Und man hätte irgendwie gar nicht richtig Zeit zu verschnaufen, denn sobald eine Kammer geschafft wurde, ist auch schon die nächste dran. Es gibt natürlich noch andere Schauplätze in diesem Ort. Also wir haben auch Protokolle, die wir lesen. Zum Beispiel, wir haben auch so alte Texte, die da quasi versetzt sind, die wir dann noch lesen. Und das ist super, super spannend. Also ein ganz, ganz, ganz tolles Buch. Also ein ganz, ganz, ganz tolles Buch. Also ein 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 ganz tolles Buch. Also ein ganz tolles Buch.